Oh, das hört sich immer gut an. Ja, das würdet mich nicht. Ich hab doch hier die Kompressoreinstellungen vom Doktor dreht. Oh, das hört sich immer gut an. Ja, das würdet mich nicht. Ich hab doch hier die Kompressoreinstellungen vom Doktor dreht. Also, ich würd mal sagen, das ruft richtig. Da kannst du Eindruck lassen, mein Lieber. Okay.